Ich bin gefühlt drei Jahre älter geworden, dazwischen waren zwei Dekaden, drei Generationen haben sich geändert, TikTok hat ein Upgrade, zweimal hat meine Tante gefickt und mein Vater ist jetzt in den Vietnamkrieg geplant, hat bin tot und heute sind wir hier endlich wieder mit Visage. Bin back. Ich hab so viele Nachrichten von euch bekommen, wo es hieß, wann geht wieder Visage los, wann kommt wieder neue Folge und heute sind wir in einer verdammt richtigen Position, verdammt richtigen Fleck, wie hier auf meinen Schultern, wo ist reingeguckt, ich bin tot. Und ich geh jetzt rein in das Geschehen mit meinem neuen Mikro, mit der neuen Kamera und mit einem neuen Ich. Ich bin tot, ne Lola, du bist ruhig, sie ist auch tot. Eine Sache ist mir aber jedoch sehr, sehr wichtig, unser Algorithmus auf YouTube ist momentan extrem geküsst, so wie ich mit Lola, deswegen bitte ich jeden einzelnen Zuschauer darum, dass ihr dieses Video einmal liken und kommentiert, weil das würde unser Algo auf jeden Fall sehr, sehr helfen und mich wieder an die Startseiten von YouTube treiben. Was mich natürlich mehr mutt, ich werde hier dieses Spiel zu spielen und natürlich was anderes auch, deswegen Peace, bin tot. Okay, 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 lange Rede, kurzer Schwanz, wir gehen rein. Oh mein Gott, hört ihr das? Was sind die, das ist die Todeshymne. Was sind dieid? Das ist dieid? Was ist dieid? Was ist dieid? Das ist dieia, ich bin tot, kommortos kurz jetzt nicht und meine forgotten mir geht. Was ist dieid? Was ist dieid? Sie ham überhaupt nicht kot Дin сиг dass ich dich lips? bismillahirrahmanirrahim einfach nach gefühl für monat mal wieder witzel nicht mehr so kassbüren vallabillah warum habe ich in fahrzeug was funktioniert man im an dort der funktiert bin toh ayakkab was war das vallabillett geht hier nur da burada da yeni başladen lambi vallabilla wer ist das um geht das weiter zu können wie es funktioniert nicht adam Frau, wir wissen, wir wissen, was ich sein? Das heißt, wir wissen, jemand wie ich selbst auf ihre verfolgte Fresse eingehe, damit ihr Vater Poker spielt. Du scheiß Unadre... Wow. Allah, Mann. Jedenfalls vermeint es im Lager. Nein, Bruder, ich chill hier einfach nur so. Denkst du, ich hab hier einfach nur Bock zu chillen? Wallah, ich hab keine Lust. Warum spielen wir nicht? Warum gehen wir nicht in Folge? Wallah, kann ich, ne? Ich bin weg. Wallah, ich hab richtig schlimme Angst. Meine Anzeige ist unten richtig hoch. Ich bin tot. Was ist das hier? Ich bin weg, ne? Eingekackt. Der Vorschlagkammer ist jetzt im Lagerraum. Boah, geil. Da fahre ich den Vorschlagkammer. Wallah, billah. Ich hab gar keine Ahnung, wo ich hingehen muss. Aber Leiter sieht so ein bisschen zuversichtlich aus. Ich hab ein bisschen Angst, Wallah, billah. Wallah, oradan geh. Senin an denen namen Röntgen, Cazan, Sokana, Ma. Ah, sa... Ben niye bu Oyun oynuyom? Lan, nein. Ich bin schreit, Wallah, billah. Warum gehe ich nicht draußen angeln? Warum beschert ich mich normalen Sachen? Warum gehe ich nicht vielleicht keine Ahnung? Papagain küssen oder so? Böyle işlerden niye uğraşıyorum ben, ya? Wo bin ich? Iiiiih! Schüch! 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 Bismillahirrahmanirrahim. Sen oradan geçtik diye bir şey yok. Ne bu? Was ist das? Ein Stuhl ist das? Valla? Aaaa! Aaaa! Ein Ginkack, was ist das? Warum wollte ich mich nicht mehr? Ich bin, Wallah, billah. Ich bin, ja. Das ist ein Nummerl, Stuhl, Wallah. Eheheheh! Schüch! Saabeyahe Allah. Bak, vallahi o tahtaları alıp senin o bez hayalet götüne soğanam artık yeter ya korkuyorum ben. Ne bu? Warum ist das? Das ist das? Das ist das. 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 Valla billah. Ja, ich bin, ja. Einen schat. Scho. Benderun. Valla billah. Annenin götüne aldi, töteye soğanam. Annenden beraber, ben kamu stotunun önünde seviçerim. Senin teyzenin götüne billar topu soğanam. Yemin et beszinde mi bu da? Lamba açılıyor mu? Hallo. Es ist an. Ihmun, tu du. Valla billah. Hiç bir tüm yönü. Geçerim. Ha şaka mu abi? Bir tarafa da. Merhabalar. Ayy. Valla altıma suçtım. Altıma suçtım ben ya. Valla. Ich bin, ja. Möhe gut, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. an der Bizebiliyorsunuz derler ya aynaya bakma ursuluk getirdi bana da ursuluk tam önüme rastladı ne oluyor şu an Allah bile biraz korkuyorum Allah bile şaka olmasın yapacak Allah bile paraslich kara andiga o my god o my god sakin Fırat sakin Fırat burada da bir şey olmayacak einfach durchken Allah was soll schon passieren denkst du yabangst Allah ne einfach durchken es wird nicht passieren ne hallo was muss ich machen valla bile ich komm nicht weiter ich bin so ein şişes ha oh my god war da was ne oluyor andere allah Allahüm gstein Ich bin Toot. Ich habe keinen Ausgang mehr zum Hauptraum. Zumindest in diesem Saal da, wo ich da mal war. Ich muss jetzt irgendwie da mir einen Zugang verschaffen. Aber ich habe alles vergessen. Ich habe so lange nicht mehr gespielt. Nein, ich gehe nicht wieder hier. Nein. Ich glaube, ich muss ja... Weil links ist der Zugang verwehrt. Ich muss ja hier durch... Okay, halt. Ihr helft mir dabei, ne? Bock, helft ihr mir dabei? Wallah, wie? Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Ich glaube, ich habe es. Ich muss einfach den Forge eingekackt. Ich muss den Forge-Lakammer von Storage rumnehmen und hier den Spiegel durchmachen. Und dann gehe ich da bestimmt rein. So wie Moonwalker. Okay, ich muss dann also nochmal diesen verschissenen Weg zurück, ja. Es wird was passieren. Es ist dunkel. Warum wird es direkt dunkel? Es wird direkt dunkel. Und dann gehe ich auf dem Weg zurück. Ich bin ja, ist es dann oder du durch die Schreer. Okay, jetzt geht es nicht mehr. Jetzt ist es nicht mehr. Oh Gott, ich denke, dass das kass mich immer wieder zu tun. Das ist ein richtiges Held. Kadın gelirse, bende onun arka tarafına Isal'ımı bochaltacağım. Artık yeter ya. O pisse bende pissem lan. Lan, sen benim cins tarafımı tanımıyorsun. Sen kötüyse bende kötüyüm. Sen kırmzıysam ben lacivertim. Senden korkan mı var lan? Araban lan, ben üstünden geçerim. Senin ben var ya tornavidanı götüren sokaram. Artık yeter bıktım la. Ich bin kackt. Tamam, ich hab's. Ich hab's, ich hab's, ich hab's. Sie kommt, vallaha sie kommt. Sie kommt, vallaha wieder sie kommt. Geh plat. Eee, şimdi bir yerden atlarsa kafasını gözünü kırarım ha. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich verstehe mich hier. Burada bir şey olmaz bana. Hibbet niks pas jene. Gelmişini, geçmişini, barotunu gözünü sikecem artık. Yeter. Çık şuradan. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was war das? Die Türs... Die Türszugang. Die Türszugang. Bismillah. Die kommt. Bala, die kommt. Ich bin doch nicht blöd. Die Lichter sind ausgegangen. Ich muss hier durch. Ich muss jetzt hier durch. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi, hadi, hadi. Ich hab keine Angst. Einfach durchrennen. Einfach durchrennen. Einfach durchrennen. Einfach durchrennen. Einfach durchrennen. Türszugang. Außerdem. Da. Dabei. gummy. See ya. Das. das ist sie das ist sie mein Kind herhalde gevereceğimiz gün geldi das ist diese dollari ulan dollari ben senin tüm zürichetini sikim senin anneni baban bacını bir tane kapsulün içine koyayım ejderha gibi böyle sikimi sokuyum arka taraftan hasta yatalak kal amına kudumu ameliy süreyi senin teyzenle beraber ben var ya çilekeş tarafına gireyim galatasaray stadyumunda arka tarafta arka sta sosisi daya amana daya amana kaho snorospanden kuh also ich mach hier jetzt einen stop weil mir gehts gerade gesundheitlich nicht gut aber wir machen nächste folge dafür weiter ich hoffe nächste folge kommen wir besser voran aber die ich bin heute gestorben ich kann nicht mehr nach so viel ärgereien und so viel rumsucherei ich kann nicht mehr namusum yüksek falls euch unser visage comeback gefallen hat dann like gerne dieses video kommentiert und schreibt was euch gefallen hat und fast nicht und mich würd's freuen wenn ihr in der zukunft einfach mehr aktiver da seid und dann würde ich sagen soll es von diesem video gewesen sein wenn ihr natürlich mehr vorschläge habt oder irgendwas anderes dann schreibt es auch natürlich gerne rein hepinizi seviyorum und vergesst nicht immer und dann wir sind wieder da wir sind wieder da wir sind wieder da wir sind wieder da im los da ami loial harby Machen Money, gebe Gas in meinem Geh